Diesmal darf ich Markus Nachtmann, den Leiter von Business Development sowie des Marketings innerhalb der FHT vom Installateur-TV-Podcast-Mikrofon willkommen heißen. Jetzt, kurz vor der Frauental Expo in Wien, bin ich besonders am Insiderwissen interessiert und dazu gibt er uns die Einblicke. Ja, ich habe in meiner Vergangenheit schon wirklich viel spektakuläre Events begleiten dürfen und ich muss sagen, das, was wir da jetzt auf die Beine gestellt haben und was uns da erwartet, das ist auch für mich wirklich eine neue Dimension. Wir sind da mit 160 Ausstellern, eigentlich, wie es so schön heißt, wirklich am Messeplatz 1 in Österreich. Bei den Besucherzahlen werden wir heuer sehr wahrscheinlich die Zehntausender-Grenze sprengen. Auf der einen Seite muss man auch dazu sagen, für die Aussteller ist es wahrscheinlich eine der teuersten Messen, aber ich sage ganz gerne, es ist die wertvollste Messe, weil ich nämlich dort wirklich ausschließlich Fachgespräche habe und wir platzen aus allen Netten, also wir sind ausgebucht. Zudem lässt uns Markus wissen, warum der Installateur mit dabei sein soll und zeigt so ein paar interessante und spannende Messethemen auf. Das, was man heuer einfach, weil es nicht nur in die Zeit passt, sondern weil es die gesetzlichen Regelungen uns ja fast auf dem Silbertablett servieren, ist das Thema Förderungen. Das ist einfach entsprechend wichtig. Da gibt es jetzt zum Jahreswechsel eine komplette Neuaufstellung des gesamten Förderwesens und das ganze Thema Energiewende ist eigentlich ein großer Schwerpunkt auf der Messe. Natürlich haben wir weiterhin den größten Marktplatz da jetzt im Bereich Sanitär, Heizung, im klassischen Bereich mit Rohinstallation, da findet man auch wirklich das Who is Who. Also das ist ein Grund, warum der Installateur kommen sollte. Aber wir erweitern das halt. Also wir wollen da wirklich ein Vollsortiment, auch einen Messeplatz zeigen und das Thema Energiewende, das bespielen wir da ganz, ganz groß. Aber nicht nur die Vorteile der Messe, sondern auch die NSA-Installateure der App Relaunch im Thema des Podcasts. Zudem habe ich ihm auch einige kritische Fragen gestellt. Bist auch du neugierig auf seine Antworten? Dann hör' ihn. Enker Herbert Bacher für Handwerkerradio SI und HLK.